Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Mystery. Heute geht es um ein Event, das vermutlich schon sehr bald in Hogwarts Mystery starten wird. Und zwar geht es um den Duellier Club mit dem Namen Pumpkins on Heads. Auf Deutsch wird er vermutlich Kürbisse auf den Köpfen oder sowas heißen, wenn Jam City den Namen wieder übersetzt. Und die Aufgabe lautet wie folgt. Gewinne Duelle, um Melophors Fluch zu lernen. Jedes Duell benötigt ein Ticket. Genieße den neuen Halloween Duellier Club. Fordere deine Mitschüler zu einem Duell heraus. Jedes Duell benötigt ein Ticket. Aber keine Sorge, Tickets werden wieder aufgefüllt, sobald sie alle verbraucht wurden. Gewinne Duelle, um Melophors Fluch zu lernen und einen Kürbis auf den Kopf deines Gegners zu zaubern. Und genau diesen Zauber, also Melophors Fluch, den finden wir auch schon im Spiel. Und zwar, wenn ihr unten rechts auf die Übersicht der Unterrichtsfächer geht, dort auf das erste Schuljahr zurück. Und dann unter Zauberkunst, einmal nach ganz rechts golt, findet ihr dort Melophors Fluch. Mach weiter so und du wirst Melophors Fluch freischalten können. Als Prämie erhält man dann eben diesen Zauber, den man auch in einem Duell verwenden kann. Und zu dem Zauber habe ich noch folgendes gefunden. Der Melophors Fluch hüllt den Kopf des Opfers in einen Kürbis. Für den Zuschauer scheint es, der Kopf des Opfers würde in einen Kürbis verwandelt. Der Kürbis kann zertrümmert werden, um das Opfer zu befreien. Oder kann nach kurzer Zeit von selbst zerfallen. Es ist also erstmal so, dass wir in Hogwarts Mystery einen Zauber durch ein Event freischalten können. Und es wird vermutlich auch nicht auf eine andere Weise möglich sein, diesen Zauber zu erlernen. Und das ist natürlich eine große Sache, vor allem wenn man dies nicht schafft. Mit dem Hintergrund auch, dass der Zauber in Duellen verwendet werden kann und wir noch nicht genau wissen, wie stark dieser Zauber wird. Es könnte also sein, dass dies für zukünftige Duelle sehr sehr effektiv ist, wenn man eben schafft, diesen Zauber freizuschalten. Und man dann eben vielleicht einen sehr starken Zauber in der Hinterhand hat, den der Gegner eben nicht zaubern kann. Und hier seht ihr auch schon mal eine kleine Animation, wie das aussehen könnte, wenn der Zauber gesprochen wird und der Kürbis eben auf dem Kopf des Gegners landet. Hier muss die arme Merula herhalten. Was ich eben noch vergessen hatte zu sagen, diese Informationen stammen aus dem Quellcode des Spiels. Also das habt ihr euch vermutlich schon gedacht. Im Discord Channel zu Hogwarts Mystery sind diese Informationen gestern aufgetaucht. Und deswegen versuche ich auch schnell, diese hier für euch aufzuarbeiten. Denn neben der Information, dass ein Event kommt, gibt es noch weitere Dinge. Zum Beispiel war es eigentlich so geplant, dass das Event am 16. Oktober online geht. Und es sollte dann bis zum 18. Oktober gehen. Dies wurde aber kurzzeitig von Jam City geändert. Vielleicht um das Event jetzt ans Ende dieser Halloween-Event-Reihe zu legen, sodass der Duellier-Club mit diesem Zauber den Abschluss dieser Event-Reihe zu Halloween dann bildet. Zudem wissen wir, dass wir zwei Tickets erhalten werden, die wir im Duellier-Club dann für die Duelle verwenden können. Diese können für 120 Diamanten wieder aufgefüllt werden oder man wartet eben eine gewisse Zeit und diese beiden Tickets werden dann wieder aufgefüllt, wenn man sie in Duellen verloren hat. Die Belohnungen sehen wie folgt aus. Für vier gewonnene Duelle erhalten wir 300 Goldmünzen, für 8 10 Diamanten, für 12 2 Notizbücher, für 16 eben den Zauber, Melophers Fluch und für 20 gewonnene Duelle dann nochmal 6 Notizbücher. Es kann sein, dass hier noch eine Variation hinzukommt. So war es ja bisher bei allen Halloween-Events, dass nicht alle Spieler dieselben Belohnungen erhalten haben. Ich gehe davon aus, dass so etwas auch hier dann noch beim Duellier-Club vielleicht dann im Nachhinein noch in den Quellcode hinzugefügt wird. Und neben all diesen Informationen eben zu dem Event an sich, gibt es auch noch weitere Informationen, die wirklich sehr, sehr interessant werden könnten. Und zwar wurden Informationen zu den Gegnern gefunden, gegen die wir im Duellier-Club antreten müssen. Wie ihr ja sicher wisst, handelt es sich da nicht um echte Spieler, sondern nur um Spielerprofile, die eben vom Computer gesteuert werden. Und da wurden eben auch Informationen gefunden, wie diese Gegner wahrscheinlich agieren werden. Ich habe euch diese beiden Listen unten verlinkt, die ich jetzt gleich hier zeigen werde. Ich möchte euch aber nochmal grob erklären, was ihr in diesen Listen für Informationen findet. Zunächst ist es wohl so, dass man gegen 20 verschiedene Gegner kämpft. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man diese 20 durch hat. Vermutlich fängt man dann wieder beim ersten an. Aber darum soll es nicht gehen. Wir schauen uns jetzt mal den allerersten Gegner an. Dieser hat als Schwierigkeitsstufe leicht bei Aggressiv einen Wert von 1, bei Defensiv einen Wert von 1 und bei Hinterhältig einen Wert von 2. Das sind alles irgendwelche Variablen, die so im Quellcode gefunden wurden. Und die sagt aus, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass dieser erste Gegner einen hinterhältigen Angriff auswählt. Das bedeutet, wenn ihr dann im Duellierclub gegen den ersten Gegner antretet, wählt ihr eine aggressive Haltung. Da dieser sehr, sehr wahrscheinlich eine hinterhältige wählt und ihr dann eben gewinnt. Aber es sind alles nur Variablen, die dann eben per Zufall, ja nicht ganz per Zufall, es ist ja schon wahrscheinlicher, dass er eine hinterhältige Attacke wählt. Aber es kann eben auch sein, dass er eine von den anderen beiden dann aussucht. Beim zweiten Gegner ist es so, dass er bei Aggressiv einen Wert von 2 hat, bei Defensiv und Hinterhältig einen Wert von 1. Somit ist es am wahrscheinlichsten, dass er eine aggressive Haltung wählt, wo ihr dann eben beim zweiten Gegner eine defensive Haltung zu wählen habt. Ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Beim Duellierclub geht ihr also diese Liste durch, schaut beim jeweiligen Gegner, welche Haltung er am wahrscheinlichsten wählt und wählt dann eben die Haltung, mit der ihr gegen ihn gewinnen würdet. In der zweiten Liste findet ihr dann noch eine Übersicht, welche Zauber der Gegner vermutlich wählt. Nehmen wir als Beispiel nochmal den ersten Gegner, welcher als Schwierigkeitsstufe leicht hat und als bevorzugte Haltung hinterhältig. In der zweiten Liste schauen wir dann bei Hinterhältig und in der Zeile leicht. Dort seht ihr alle Zauber, die der Gegner auswählen kann und auch eben wieder Werte, wie wahrscheinlich es ist, dass er einen von diesen auswählt. Und hier seht ihr, dass Rictus Sempra einen Wert von 5 hat. Das bedeutet, es ist am wahrscheinlichsten, dass dieser Gegner, wenn er seine Runde gewinnt, eben den Zauber Rictus Sempra wählt. Aber das ist ja eigentlich egal, da es ja gar nicht passieren soll, dass er eine der Runden gewinnt. Also, schnappt euch beim Duellierclub Event die Liste, geht die Gegner ab, schaut welche Haltungen sie wählen und wählt dann eben eine Haltung, mit der ihr gegen den Gegner gewinnt. Wie eben schon gesagt, stammen diese ganzen Informationen aus dem Quellcode des Spiels, aus der aktuellen APK von Hogwarts Mystery und daher sind diese natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es funktioniert und wenn diese Informationen 1 zu 1 im Duellierclub Event übernommen werden, ist es für uns auf jeden Fall ein riesiger Vorteil. Ich wünsche euch für den kommenden Duellierclub auf jeden Fall alles Gute. Versucht auf jeden Fall diesen Zauber zu bekommen, da wir nicht wissen, wie stark er wird und ob er vielleicht dann in Zukunft der ultimative Zauber für Duelle wird. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Tschö und auf Wiedersehen.